Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren Finanzen heute am 11. August 2017? Es ist eine Nachricht zum Erwarten, was auch eine finanzielle Vorteile hat. Ein Termin oder ein Vertrag kann auch finanzielle Vorteile haben. Wichtig ist aber, dass wir den Überblick nicht verlieren. Dass wir alles genau überprüfen, bevor wir Antworten oder einen Vertrag unterschreiben. Ämter, das kann Finanzamt sein, Steuerberater oder Banken, das ist ein Hin und Her. Und da sollen wir selbst aktiv sein. Die Zügel nicht aus der Hand zu geben. Selbst etwas noch überprüfen, Klarheit bekommen oder einen Termin ausmachen. Ein Projekt, was Gewinn bringen soll von Vergangenheit, kann zu Enttäuschungen führen. Also wichtig ist auch etwas organisieren und etwas verändern. Ein neues Projekt kann Gewinn bringen. Wo liegt die Reichtum? Die Reichtum liegt gerade im Verborgenen. Das bedeutet auf unserem Alltag, dass wir sollen unsere Geheimnisse haben. Also nicht alles offenlegen, was wir vorhaben. Oder wir sollen Reserve haben. Wie gehen wir mit Geld um? Heute sind wir noch bescheiden. In die nächste Zeit wird aber Kunst, Schönheit sehr verlockend sein. Entweder geben wir Geld aus oder wir machen Geld mit diesem Artikel oder in diesen Bereichen. Und das war mein heutiger Finanzenergie. Wenn jemand wissen möchte, ganz persönlich, wie die finanzielle Lage ist oder welcher Tag ist günstig, etwas investieren oder für ein Neubeginn. Natürlich können wir kontaktieren und dann befinden sich meine Kontaktdaten und ich werde diese Fragen beantworten. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Nendera Susanna Medici.